Hallo Ich wollte die Begrüßung machen, weißt du? Cooool Müssen wir nicht mehr kommentieren, wir schreiben einfach alles Ja, ist cool Gefällt dir, ne? Irgendwie frierst du richtig schön Die hat ja auch die Arme Das ist die optimale Haltung Für optimalen Ausschuss Einfach so ein bisschen Arme anwinkeln Wie so ein Follow Und dann einfach die ganze Zeit so mit Unterleib Ein bisschen vibrieren, damit das Ganze so runtergeschickt wird Und man trainiert gleichzeitig die Bauchmuskeln Das ist super Richtig, ja Man muss auch vorher erstmal Bauchmuskeln trainieren Um die Fähigkeit hinzubekommen Guck mal, du wirkst schon ein bisschen konzentriert, aber auch selbst zufrieden Muss ich sagen Schon, ne? Ja Guck mal, ich kann's auch bestimmt, oder? Ja, ja, das sieht gut aus Das sieht gut aus Naja, ist aber mehr Kopf noch, weißt du? Bei dir war der Kopf ein bisschen stiller Aber bei mir, naja Wir können auch gemeinsam Und drei, zwei, eins Oh ja Double Toilettenspülung Ja, lass mal, wir wollten eine Rakete bauen Eine Rakete bauen, okay Ja Ach Quatsch Ich höre mal Schritte, aber das sind meine eigenen Ich denke aber, du kommst und spionierst mir, ne? Ich spionierst du dich so nicht? Na, Alter, was ist los mit dir? Ich hätte gedacht schon Weil du bist ja immer so ein, so ein ideenloser Bastard Und bei der Rakete krieg ich grad noch hin, glaub ich Grad so Rackete ist easy going, Alter Easy going Digga, Alter Wie komm ich jetzt wieder rein? Gar nicht Dafür hab ich innovative Ideen Ja? Ja Und am Ende ist es Das Auto Nee, der diesen, diesen, diesen Dingens, Dingens, Schieb zu Dingens, Dingens, Jeep, Jeep Jeep, Jeep So hab ich das nie bezeichnet Nein Guck mal Kannst du mal kurz mit reinkommen? Na klar Hier gibt's ne Also hier konnte man früher mal durch Falls du hier irgendwo mal, immer mal einen Stein eingesetzt siehst oder so das war, da hab ich aus Versehen gelöscht, aber zu voll zu wechseln Okay Ja Ehm, okay Soll ich mal testen? Teste mal Ich bin gespannt Was geht? Ohohohohoho Ja nice, funktioniert doch, Alter Guck mal Oh ho ho Oh nice Guck mal wie ich, guck mal ich stehe wieder Sehr nice Perfekt, ja, kann wieder los starten Achso, ich glaube, ich weiß sogar, wie es funktioniert. Ich glaube, ich weiß es. Das ist mit diesen Kreisdingern, ne? Mit diesen Kreisdingern, ja. Ja, okay. Ja, dann zeigen wir Arnia jetzt hier. Ja, der Alkohol sieht sich gut aus. Oh, nein. Das funktioniert einwandfrei. Gott. Ja, noch ein bisschen. Ja, so ungefähr. Passt. Ja, du hast wahrscheinlich auch den Antrieb. Ist das ein Bohrer? Eisnerz. Kommen wir. War es gut? War erfolgreich. Schön. Es ist wunderschön, vor allem diese seitlichen Räder. Das sind die Stützräder. Aber gleichzeitig auch zum Lenken da. So, okay. Warte mal, funktioniert das? Ja, okay. So, du musst lenken, damit links, rechts dann. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich links drücke, lenke ich dann auch links oder lenke ich dann rechts? Du lenkst dann nach rechts. Okay, gut. Ist das all right? Ja. Ähm. Geht's los? Ich muss weh drücken, oder? Hier gibt's kein Motor. Mit Knöpfen ist echt nicht gut gelöst. Mit Knöpfen ist nicht gut gelöst, Mann. Was ist gut gelöst? Hilfe! Ich habe Angst. Bleib mal geschmeidig, ey. Guck mal, wie gut das funktioniert. Ich sehe überhaupt nicht, wo wir hinfahren. Ohohohohohohohoh ohohohohohohoh. So, ist gut. Der, das ist mein begeisterter Ausdruckes im Gesicht. Warte. Es passt eher zum Klo, aber gut. O.k. Woah. Ich saiba gar nicht, wie es aussieht. So, min, mal wir stehen zumindest wieder. Du fährst, und ich hab die Dinger, oder was? Genau, genau. Oh Gott, ein Hindernis. Wir müssen die weg. Hahaha Ja, ich bin drin! Ich bin drin! Wow, was hast du getan. Und wo bist du vor allem? Ich weiß es nicht mehr. Mein Kopf ist ein bisschen drückgeschillt. Und wie soll ich denn da hinkommen? Ich bin bei der Station noch. Was soll das sein? Na du? Was soll das sein? Weiß ich nicht. Das hab ich gefunden hier. Wir müssen das irgendwie ausschalten. Wir fährten nämlich von alleine. Nein bin ich bin ich bin ich sitz auf der Toilette Das sieht aus WTF Wir müssen uns einbauen oder so Ich hab keine Ahnung WTF Es ist so laut ich höre dich nicht mehr Was? Es ist so laut ich höre dich nicht mehr Es ist zu instabil wir fliegen nicht gerade Es ist so laut Es ist so laut Ich glaube wir sind ganz oben Ja Mal aussteigen Mal über dich Hi Hi Ich falle Oh wir hätten auf der Rakete landen können Ah scheiß bestimmt Dein Ding müsste auch kommen oder? Ja das fliegt da oben Siehst du es? Oh 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 Es landet sogar Oh Krass Ich bin richtig stabil das Teil Ja das ist ja ein super Gerät Und los Okay Ich fühle dich alle überhaupt nicht mehr Hinten raus Hinten raus? Okay Ja Okay Okay Auf gehts Okay Hier irgendwo muss die Rakete sein Ist egal nichts Noch auch nicht Noch nicht Da 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 Ich komm nicht hin Ich komm nicht hin Nein So knapp Richtig knapp dran vorbeigeschraben Seid bereit für das größte Abenteuer, in drei, zwei, eins. Wuhi! What the fuck is going on here? Ich verstehe auch überhaupt nichts. Oh Gott. Jetzt geht es aber stein nach unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wuhi! Oh Gott, okay. Wir brauchen doch jetzt einen Lenken an den Seiten, wie gesagt. Wo? Bleib doch da, wo dein Fenster ist. Nein, wie schnell das ist. Hol mich ab. Steigen Sie ein, bitte. Okay. Okay. Ja, geht weiter. Komm, wir versuchen jetzt hier in die Richtung noch zu kommen. Das muss ja irgendwie... Aua. Wirklich sein. Komm, komm, komm. Dieser Baum. Tschüss. Da. Echt nicht irgendwie... Oh. Oh, oh, oh.